Hallo und Salamu alaikum, mein Name ist Marouan und ich bin Gründer und kreativer Leiter von Bladyvision. Mit meinem Team von kreativen und ehrenamtlichen Experten möchten wir euch einen Kanal bieten, der von Deutsch-Marokkanern für Deutsch-Marokkaner gemacht ist. Wir möchten über uns sprechen, unsere Eigenheiten, unsere Geschichte, Entwicklung, Vorbilder, aber eben auch über Probleme und wie wir diese lösen können. Ich bin stolz, euch mit meinem Team etwas Neues und Einzigartiges in der deutsch-marokkanischen Welt zu bieten. Nachrichten, Interviews, Networking-Projekte, Vorstellungen von Moscheen, Unternehmen und Restaurants, Hilfsvereinen, Events und vieles, vieles mehr. Ich freue mich auf euch. Euer Marouan von Bladyvision.